Schneidenbach ist eine Stadt im Oberpfälzer Landkreis am Berg-Sulzbach etwa 75 Kilometer östlich von Nürnberg. Geografie Schneidenbach hat 16 Stadtteile. Auf dem Gebiet der Stadt Schneidenbach befinden sich sechs Gemarkungen. Drei davon erstrecken sich über die Gemeindegrenzen hinweg auf das Gebiet der Nachbargemeinde Hirschau. Eins lediglich Gemarkung Stahl 1 der Gemarkung Forst liegt auf dem Gemeindegebiet der Stadt Schneidenbach. Gemarkung Stahl 0 liegt auf dem Gebiet der Stadt Hirschau. Zwei lediglich Gemarkung Stahl 1 der Gemarkung Hirschau liegt auf dem Gemeindegebiet der Stadt Schneidenbach. Gemarkung Stahl 0 liegt auf dem Gebiet der Stadt Hirschau. Drei lediglich Gemarkung Stahl 1 der Gemarkung Scharhof liegt auf dem Gemeindegebiet der Stadt Schneidenbach. Gemarkung Stahl 0 liegt auf dem Gebiet der Stadt Schneidenbach. Geschichte Über die Frühzeit der Siedlung Schneidenbach, vor allem die Gründung, sind keine schriftlichen Zeugnisse vorhanden. Wohl schon in vorrömischer Zeit verlief eine Handelsstraße von Kösing über Fellburg, Pielenhofen, Rendsbach, Heimhof, Erlheim, Amberg, Aschach, Schneidenbach, Lue, weiter nach Floß, Tirschenreuth und Eger. Schon früh dürfte an der Stelle, wo diese uralte und zum größten Teil verschwundene Straße den Ehenbach überquerte, eine Siedlung entstanden sein. Dabei handelte es sich vermutlich um eine Ausbau- bzw. Rodungssiedlung, die an einem Grenzbach angelegt worden war und schon lange vor ihrer ersten Erwähnung bestand. Am 23. April 1271 trat Schneidenbach erstmals urkundlich in Erscheinung. In der Urkunde, mit der die Grafen von Ortenburg-Murach ihre Rechte und Besitzungen rund um den Buchberg an den wittelsbachischen Herzog Ludwig II. verkauften, wird auch das aus den beiden Ortsteilen Obernsneidenbach und Niedernsneidenbach bestehende Dorf Schneidenbach erwähnt. Die beiden Ortsteile waren nach ihrer Lage am Ehenbach benannt worden. Unter den verkauften Orten befanden sich auch die heute zum Stadtgebiet gehörenden Orte Sitz am Buch, Mertenberg, Döswitz und Trichenricht. 1285 erfolgte die zweite urkundliche Nennung Schneidenbachs und daraus ist zu erfahren, dass in Obernsneidenbach zwei Höfe und in Niedernsneidenbach neun Lehn und eine Mühle, die später mit dem Namen Angermühle auftauchte, existierten. Der bisherige Ortsteil Niedernsneidenbach hatte in der letztgenannten Urkunde wieder den Namen Schneidenbach angenommen, aus der er entstanden war. Um 1313 schlossen sich die beiden Ortsteile zum Markt Schneidenbach zusammen. Mit dem von den wittelsbachischen Herzögen verliehenen Marktrecht waren die Magistratsverfassung, die Marktgerichtsbarkeit und die für einen Markt völlig ungewöhnliche Hoch- bzw. Blutgerichtsbarkeit verbunden, die der Markt im Spätmittelalter besaß. Aber nicht behaupten konnte und schließlich an den Landrichter von Amberg verlor. Ab dieser Zeit blieb dem Richter von Schneidenbach nur das Recht des ersten Zugriffes und des ersten Verhöres nach zwei Tagen musste der Delinquent an den Landrichter von Amberg ausgeliefert werden. Das 1398 erstmals in einer Urkunde erwähnte Hammergut unter Schneidenbach, das von Pfalzgraf Rupprecht II. an Hans den Kastner von Amberg verkauft wurde, war politisch immer ein eigenes Gemeinwesen geblieben. Mit Niedernsneidenbach war es entgegen vielfach geäußerten Vermutungen nicht identisch. Die Stadtpfarrkirche Sankt Vitus wurde um 1712 im Zuge einer Erweiterung barockisiert. Der Markt Schneidenbach war mit einem Mauerring befestigt. Die Befestigung bestand aus einem halben Meter dicken, annähernd vier Meter hohen Ringmauern, die im Norden an den großen Weiher stießen. Drei Tore riegelten ursprünglich den Markt ab, das obere oder Hirschauer Tor im Westen, das untere Tor im Osten beim Anwesen hält man Popenwastel und das Lothor am Ende des Rosenbühls im Süden. 1830 kam ein großes Wasser, der Marktplatz war zwei Fuß hoch überschwemmt, der Weiherdamm bei Forstress und wurde nicht mehr aufgebaut, Mühlen und Häuser wurden beschädigt. Noch Ende des 18. Jahrhunderts befand sich Schneidenbach nach urkundlicher Überlieferung in einer ausweglosen wirtschaftlichen Lage, und im Jahre 1802 beklagte sich der Magistrat darüber, dass die Bürger ihrer Söhne kein Handwerk lernen lassen wollten, sondern sich nur auf die Landwirtschaft verließen. Dabei gab es im Ort im Jahre 1805 mehr als 60 Gewerbetreibende und Handwerker wie Drechsler, Weber, Strumpfstricker und Rotgerber. Es war ein Glücksfall für Schneidenbach, als im Jahre 1833 der mittellose Buchhalter Daniel Christoph Eduard Kick im Stadel des Löwenwirts Johann Popp ein Kaolin-Werk errichtete und damit die oberpfälzische Kaolin-Industrie gründete. Der Bau der Eisenbahnstrecke am Berg-Schneidenbach im Jahre 1898 förderte die Entwicklung weiter. Nach den beiden Weltkriegen nahm der Markt insbesondere nach 1945 durch die große Zahl der Heimatvertriebenen und durch neue Betriebsansiedlungen, zum Beispiel die Firma Kerb-Konus, einen großen Aufschwung. Dies führte dazu, dass Schneidenbach am 24. Oktober 1954 durch den damaligen Innenminister Wilhelm Högner zur Stadt erhoben wurde. Das Stadtgebiet von Schneidenbach hat sich beginnend mit dem 1. Oktober 1938, als die bis dahin selbstständige Gemeinde Forst aufgelöst und nach Schneidenbach eingemeindet wurde, erheblich vergrößert. 1946 folgten Nehmenricht und Holzhammer rechts des Ehenbaches. Im Rahmen der Gebietsreform in Bayern wurden am 1. April 1972 aus der aufgelösten Gemeinde Weiher der Weile Heidhof und die einöde Heidmühle am 1. Juli 1972 Holzhammer mit seinem Ortsteil Neuersdorf und schließlich am 1. Mai 1978 Kemnert am Buchberg mit seinen Ortsteilen Sitz am Buch Mertenberg-Döswitz-Trichenricht und Götzendorf eingegliedert. Dadurch erreichte Schneidenbachs Einwohnerzahl ihr heutiges Niveau von ca. 4.400. Politik, Stadtrat nach der Kommunalwahl am 16. März 2014 hat der Stadtrat 16 Mitglieder. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,18%. Die Wahl brachte folgendes Ergebnis. Weiteres Mitglied und Vorsitzender des Stadtrates ist der Bürgermeister. Blasonierung In Blau ein aufgerichteter goldener Baumstamm mit gestümmelten Esten. Im Jahr 1504 erstmals bezeugt. Partnerschaftsgemeinden Schweiz-Schweiz Die Gemeinde Buchberg ist seit 1976 die Partnerschaftsgemeinde von Schneidenbach. Deutschland Seit der Stadterhebung von Schneidenbach im Jahr 1954 ist Amberg als Patenstadt partnerschaftlich verbunden. Baudenkmäler Stadtpfarrkirche Seingt Vitus Rathaus aus dem späten 17. Jahrhundert mit Kräutergarten Ehemaliges Hammerschloss und die ehemalige Schlosskapelle Sankt Maria Vorgeschichtlicher Grabhügel Vogelherd Burgstall Schloss Berg Turmhügel am südwestlichen Ortsausgang von Demenricht Siehe auch Verkehr Die Stadt liegt direkt an der Bundesstraße 14 Nürnberg Prag ca. 25 km östlich der A6 Amberg Heilbronn und ca. 10 km westlich der A93 Regensburg Hof. Des Weiteren liegt Schneidenbach an der Bahnstrecke Amberg-Schneidenbach, die jedoch nur von Güterzügen befahren wird. Söhne und Töchter der Stadt Hans Wagner Politiker Landrat des Landkreises Amberg-Sulzbach von 1978 bis 2002 Hertha Flor Neuropsychologin Persönlichkeiten Georg Landgraf Studienrat Heimatforscher und Ehrenbürger von Schneidenbach Die von ihm 1908 verfasste Chronik bildet das Fundament für die Schneidenbacher Geschichts- und Heimatforschung. Nach ihm ist der zentral gelegene Georg Landgrafplatz benannt. Hans Weiß Oberfinanzpräsident und Ehrenbürger von Schneidenbach, Träger des Bayerischen Verdienstordens und des Großen Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.